und heute habe ich für euch den riesen das ist ein karamell mit schoko umzogen ich weiß nicht ob ihr das kennt solltet auf alle fälle ausprobieren ist wirklich eine empfehlung wert ich esse den persönlich sehr gerne und sehr oft wir machen den auf und dann zeige ich euch wieder schöne stück denn so aussieht so haben wir das schöne teil auch schon ihr könnt sie sehen eben das hier alles ist so karamellen geben mit schokomandel das ist ziemlich hart also man kann es auch nicht eindrücken nur ganz schwer und man sollte den auch nicht wirklich man kann ihn kaum aber ja ich behalte ihn immer so lange mund bis das die schokolade rundherum geschmolzen ist und dann habe ich das karamell aber das ist heute natürlich viel zu zeitaufwendig deswegen bei sich einfach mal rein dann seht ihr wie das von ihnen aussieht da habt ihr vielleicht gemerkt schwierig zum essen vor allem wenn man stress hat natürlich also ist wirklich eine entspannung süßigkeit man sollte man sich nicht rein hauen aber da habt ihr den karamell und eben diese schokoschicht rundherum das ist wirklich gut es ist so dunkle schokolade aber schmeckt wirklich wirklich ausgezeichnet kann ich euch nur empfehlen wenn ihr die mal sieht die gibt es auch also ich habe hier natürlich das maxi familienpack gegönnt weil das reicht vielleicht eine woche oder so aber man kann da auch da gibt es so kleine schachteln die sind ungefähr so lang so mal so und das sind dann glaube ich neun stück oder so drinnen von denen und das kann man dann mal probieren kann ich euch wirklich nur empfehlen probiert die mal falls ihr sie noch nicht kennt ich habe so das gefühl dass diese riesen nicht die aufmerksamkeit erreichen die sie eigentlich verdient haben das war es dann von mir euren graf snackula und wir sehen uns im nächsten video tschüss tschau leute